Jo, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge ARC Hardcore. Äh, natürlich wieder mit dabei, der Robin. Und der Tom. Und der Tom, der ab und zu mal mit reinsteigt und gerne dieses Möööö macht. Er hat halt auch die Stimme. Warte, wo ist jetzt hier nochmal die Höhle, Robin? Soll ich kurz hin? Nein, du zeigst sie mir. Ja, eben, deshalb. Soll ich damit Raps doch rein? Ne. Äh, würde ich nicht. Ja, ich bin 2,2 Sekunden umgenaut. Ey, lass mich auf dem Raptor sitzen, oder? Okay. Ja doch, dann kann ich ihn ja wieder mitnehmen. Geh schon in die Raptor rein, weil der sch... Na, ich bin mir da nicht ganz so sicher, oder? Der schadet sich in den Fingern, der tut Kau rein. Na schön. Aua, ich krieg ja Aua. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alter, wäre ich da jetzt runtergefallen? Ich muss jetzt schon außen rum. Warte mal bitte auf mich. Fliege. Fliege. Ich bin ja auch großer Fan des Bogens. Komm her. Nein, kann ich sogar reparieren. Ich liebe Kotzbows. Ich liebe normale Bögen. Nee, normale Bögen. Ja, also ich meinte Kopponbow. Ja, genau. Also auch normale Bögen. Also von der Mechanik her, ja. Stell noch eben 16 Pfeile her. Oh, jetzt bin ich ja stimmt. Jetzt bin ich ja langsam. Chill. Hä, die Hülle kenne ich ja gar nicht. Oder? Hier? Ach, das ist die. Nee. Du holst das Artefakt holen, meinst du? Ach, Frame Drops. Wer kennt es nicht? Ja, Standbild GG. Bruh. Warte, geht's jetzt wieder? Oh, jetzt. Wieder flüssig. Einigermaßen. Ja. Gehst du mit Raptor? Nee, ich wollte schon sagen. Hä? Den Raptor da so stehen zu lassen, ist der aufs Neutral? Ich weiß es nicht. Er läuft einfach weiter. Ja, ran. Hä, lol, ist ja, hä, die Hülle ist ja, itzy. Ist hier irgendwo jetzt auch ein Dunen-Beatles? Ja, irgendwo. Er war ziemlich spawnd ja noch, aber das war nicht gut, deshalb rush ich schnell hier durch. Weil hier war nicht ein einziges Viech, bis ich hinten war. Bist du noch hinter mir? Äh, nee, ich hab mich da einmal auf den Boden gelegt, weil Stamina. Hab auch kein Essen dabei. Ist auch. Ich hab kein Trinkgriff. Oh, ich auch nicht. Ah doch, ich hab noch Wasserbeute. Hast du? Ich hab schon leer getrunken. Irgendwo geht's gleich links rein. Ja, hier ist links. Genau, da ist gleich das Artefakt. Hier ist das Artefakt. Äh, warte. Tada, da ist nichts. Äh, rechts ist eine Titanboro. So, hier muss man durchkriegen. Rechts sind zehn. Sind hier Viecher? Ja, bei mir schon. Oh mein Gott, das sind zehn Milliarden. Aber kein Dung Beetle bisher gesehen. Oh, wow, fuck. Fuck. Ich bin tot. Ernsthaft? Wahrscheinlich. Ich bin ungekippt. Und wo sind Dung Beetles? Noch ein bisschen weiter runter und dann links dadurch. Noch weiter. Ich war genauer beim Artefakt. Noch weiter runter. Keine Ahnung, du musst aufpassen. Gleich geht so ein kleiner Sprung runter. Ja, ja, da seh ich's. Ja, da bin ich ja. Und da sind doch Dung Beetle. Ja. Hast du welche gesehen? Ich hab einen gesehen, ja. Ach, das sind zehn Millionen Tiere, Alter. Die kriege ich doch niemals down. Oder? Soll ich's versuchen? Ich hab halt eigentlich Equip. Au, Entfernung kann man das. Ja, aber der dauert ja auch ein bisschen, ne? Ach so, wir haben ja keine Flugies. Ich hab den damals von dem Flugie einfach rausgegrappt und draußen gezämmt. Die Titan Boar-Sau, Mieke. Und hier sind ernsthaft Dung Beetles drinnen? Ja, ich hab schon zwei gesehen jetzt. Letztes Mal und dieses Mal. Ja, da muss es wohl stimmen. Aber ich würde gerne mit dem Robber durch, hm? Weil... Kannst du probieren. Einfach vorbeirennen, weißt? Ei, wir haben ja sowieso ein Kind von dem. Aber der wird Low Level sein. Stimmt, aber... Bei Plänen's wären halt jetzt schon mal echt krass. Ja, wären echt richtig krass. Wenn du da auch schon sechs, sieben Stück Haarständen rassierst, dann rassieren die. Ja. Ich würde auch hinten zwei hin tun, auch wenn's useless wäre, aber... Ah, da ist die erste Titan Bow. Warte, eine krieg ich doch easy. Dann locke ich die einfach so nach und nach und kill sie mit dem Raptor. Das... Das hört sich doch noch an dem Plan an, oder? Ah, ne, jetzt sind's zwei. GG. Was könnte Tom... Zwei... ...mütiges machen? Zwei Titan Bowes krieg ich doch noch, oder? Eichsteinfarm, aber egal. Ja, die Base weitermachen. Ja, easy, die sind ja hier Low Level in der Höhle. Ach so. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Free XP für Raptorius. Drei Titan Bowes. Too easy, Alter. Robin. Ich hab jetzt drei Titan Bowes gekillt und die waren alle so easy. Ja. So, jetzt hab ich schon mal den ersten Teil gecleared. Hier sind jetzt noch Atroplueras. Die sind halt richtig gefährlich, weil sie mit meiner Rüstung schnell kaputt... kaputten. Warte, jetzt krieg ich ja erstmal die Titan Bower. Warum? Level 36. Oh, die ist schon... Die hat schon ein bisschen was Druff da pufte. Warum guckst du das? Mhm. Hä, warum zämpfst du überhaupt Dodos? Eigentlich wollte ich den Raptor zählen. Ach, mit dem Raptor komm ich ja hier gar nicht mehr raus. Da ich drei Stunden rumgelaufen bin und keinen gefunden hab für... Ja, mit dem Raptor komm ich da gar nicht mehr raus, Robin. Deswegen muss ich den Raptor leider in den... Äh, darf ich den Raptor hier nicht mitnehmen. Ja, warum sollst du... Ja, weil ich... Ich muss ja da runterspringen und da komm ich nicht mehr hoch mit dem Raptor. Normal... Ich weiß nicht. Ich... Ich geh mal einmal lieber so runter. Äh, Tom. Du kannst, äh, Stein formen. Das wär richtig krass, weil dann hätten wir unsere Base heute noch fertig. Ich geh wieder Metall holen. Äh, Tom soll ich dir Zeug, Stuff machen, also... Äh, Metall. Ah, ich werde umkippen durch ne Spinne. Aber die davor auf jeden Fall noch killen. Da... Da, ich seh'n Dung Beetle, ich seh'n Dung Beetle. Ich hab' ich... Ich weiß nicht. Ah! 50. Ah, Dung Peleura kommt aus der Wand raus! What the fuck? Trifft mich grad nicht. Scheiß. Hä? Ich bin eingeschlafen. Digi. Okay, äh, ne. So schaff ich das ganz sicher nicht. Robin, I need your help. Oder... Glaubst du, ich komm dann mit dem Raptor wieder raus? Hä, sonst können wir einfach da ne Leiter hinbauen oder ne Treppe oder so und die dann später wieder wegmachen. Aber man kann doch in Höhlen nicht bauen. Doch, man kann bauen, man darf nur nicht. Ach so. Halt genau für solche Fälle, dass man die halt später dann wieder wegmachen kann. Dann geh' ich mit dem Raptor rein, clear alles weg, außer den Dung Beetles. Ja, dann holen wir aber auch gleich ein paar Mal's Element. Ja, es muss jetzt eh getötet werden. Oder? Würde ich schon sagen. Das Artefakt. Mhm. Ach, komm, können wir tun. Können wir tun. Erst wir zu dritt reingehen, jeder holt eins. Das können wir... Und nochmal und nochmal und nochmal und dann verkaufen wir's. Ha! Gege. Fünf Millionen Heid. Oder zwei Metall. Und Tom zieht ihm deinen Fachtotos. Ach man. Aber wir brauchen ja nicht mal die Berry, äh, die Eier. Ja. Für'n Ichi vielleicht, aber... Ja, Ichi, alles gut, komm, du wirst du cool, Chef. Haha. Ich frag mich halt nur, warum. Haha. Egal. Wenn er seine Zeit damit verbringen will, die Dodos zu zähmen, dann zähmt er halt Dodos. Na, Robin? Robbenstill. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ich war unterwegs, ich hab nach Raptor gesucht, hab keinen gefunden, dann hat der kleine Mann mich so angelächelt. Ja. Also, du hausch ihn jetzt so oft, bis er ohnmächtig ist. Ja. So macht Tom sich ein Dodoklach. Mhm. Dodor-Ameh, oder? Dodor-Ameh. Ja, Mann, Dodor-Ameh, ich freu mich auf PvP-Tag. Wenn dann jemand mit seinem Terezzino ankommt, Dodor-Ameh, alle wohnen Hit. Ha, ne, ne. Ne, Toms geht nicht. Terezzino wohnen Hit. Wenn alle Dodos so einmal so, piek, ein Leben, dann brauchen wir tausend Dodos, dann machen die tausend Leben wohnen Hit. Ein theoretisch wäre es doch klug, wenn ich die Steine immer mitbringe, oder? Mhm. Ein Metall. Ein theoretisch wäre es doch klug, wenn ich jetzt ein Dung-Betel wohn. Oder? Nein. Nein. Stimmt, hier können wir ja immer Prime-Eat-Farmen, wenn wir was brauchen. Warum? Ja, Titan-Boas. Mhm. Wir geben doch kein Prime. Doch. Ich habe jetzt schon drei Stück aus zwei. Alles klar. Und hier spawnen ja immer unendlich viele. Das heißt, wir können immer früh Prime-Eat-Tamen. Vier Stück aus drei. Okay, ich gehe jetzt mit Raptor runter. Ui. Stirb, du Mist. A-Tro-Plo-Ple-Pla. Wenn ich die jetzt nicht down kriege, dann ist die Level 12. Doch, die ist jetzt schon richtig blutig. Mhm. 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 Komm, 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 komm. Ja, Ease. T-Bone ist einfach so OP. Im Early-Game. Man denkt sich so, Höhle, Alter. Nee. Und dann kommt einfach ein kleiner Raptor und basht alle weg. War das die einzige Atro-Plo-Ple-Pla? Nee, da ist noch eine. Und die regen mich am meisten auf mit den Spinnen. Alter, sind das viele. Oh, oh. Was soll ich gemacht? Eine mit der Cross-Boardings. Steinwände. Steinwände. Und Fundamente. Ja, aber erst mal Wände. Damit wenigstens mal die Base zu ist. Ja, stimmt. Ah, da gibt's ein Bug beim Platzieren. Da musst du richtig auflassen oder ich platziere es einfach. Okay, die Spinnen sind tot. Ah, nee, da haben sich voll viel in den Schlangen verbackt. Wie viel Metall bräuchten wir jetzt erst mal? Dann jetzt die Atro-Plo-Ple-Pla. Reichen 300 Metall? Ja, kann gut sein. Fürs Erste. Ja, obwohl Metall kann man nie genug haben, Robin. Das stimmt. Level 16, ja, nice. Schön alle easy wegraggen. Schön, schön, schön. Hast du auch da keinen Dung-Digel mehr? Doch, doch. Ich wrack nur die ganzen Mistviecher weg, die um ihn herumstehen. Ach so. Tom ist leicht schwer. Guck mal über die hier. Jetzt erst mal hier die ganzen Leichen abbauen und Force-Feeden. Das ist die beste Taktik, diese Höhle zu machen. Ich bau jetzt hier in Ruhe alle Spinnen ab. Und Atro-Pleuras. So, kann den Raptor jetzt erst mal ohne Probleme wieder full-Feeden. Was ist Tom für eine Maschine? Dodo-Army incoming. Bruh. Es hemmt ja gar keine Donuts mehr, weißt du. Ach, was macht der jetzt? Baut das Haus. Fast 600 Steine. Tom, erzähl uns deine Taktik. Wie? Jetzt kommen die 4 Millionen... Draufauen, 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 draufauen. Erste Titan-Boa weg. Oh, oh, 36. Hm, ja, schon... Ist schon die etwas high-leveligere Art. Aber auch easy. Weg. Und nächste ist weg. 56. Uh, das war schon das Premiere, dass die so high-levelig sind. Äh, Tom, du pasch ein bisschen auf, damit der Schmelzofen durchläuft, okay? Mhm. Und bitte aufs Raptor ein bisschen aufpassen, ne? Das darf nicht kaputt gehen. Yay. Leute, wenn das hier zu lange dauert, dann teile ich das in zwei Parts auf. Aber, wenn nicht, dann ist ja gut. Titan-Boa-Inventar. Nochmal zwei Pfeile. Das ist, das, das ist cool. Ist, ist annehmbar. Okay. Für mich unten ist alles voll... Alle anderen baggen komplett in der Wand. Das heißt, großer Scheißerhaufen. Warte mal. 26% grad mal. Ich soll die Zeit vorher die ganze Zeit an sein. Und jetzt kommen sie. Äh, muss nicht, du musst nur gucken, dass da Brüten steht, wenn du's auf Deutsch hast. Mhm. Sonst Incubating. Ja. Äh, Robin, ich glaub, meine Scheiße reicht nicht. Könntest du einmal kurz in die Höhle kommen und mir Scheiße vorbeibringen? Äh, ich hab keine Scheiße. Ich bin wieder auf dem Metallberg schon. Ja, 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 gleich, der Triceratops liegt am laufenden Band. Tau. Mhm. Hast du den Kack hier drauf? Nee. Liegt da irgendwo? Ich bin grad nicht da. Ich bin grad zum Wasser gelaufen. Ich brauch trinken. Sonst wär nice, wenn du vielleicht gleich dann einmal die Scheiße nehmen könntest und sie zu mir in die Höhle bringen könntest. Iiiiih, wo ist die Höhle denn? Äh, zwei Meter, zwei Meter neben unserer Base kann ich dir gleich erklären. Oh, Level ab. Jetzt bin ich auch Level 30. Du geh springst bei uns nachher. Er, Robin, versucht zwei Sekunden nachher. Ich bin gleich Level 31. Okay, und hier ist das Artefakt. Cool, Level 16. Sind in dem Artefaktraum auch nochmal Viecher? Äh. Oder nur davon? Ich glaub sogar nicht, aber da kommst du mit Raptor nicht rein. Nee, nee, ich weiß. Deswegen hab ich ja gefragt. Nee, hier... Shit! Man kommt nicht mehr raus. Weil da muss man da ja so rechts rauslaufen, ne? Shit! Raptor wird angegriffen! Oder? Nö. Hä? Seltsam. Ah, hier ist ein Titanoboa. Ei. Und Tom, bitte eine Strohfoundation. Warum? Ich krieg den Raptor nicht raus. Und Rampen. Oder? Kann ich hier... Kann ich hier lang? Hier können wir auch Metall fahren. Wow. Ich kann auch außen rumlaufen. Da muss ich nur gegen 8 Millionen Viecher kämpfen. Wie außen rum raus? Also kommst du auch anders raus? Jaja, man kommt anders raus. Dann renn doch einfach durch. Schaff ich nicht. Der ist genau neben unserer Base-Detail-Züge. Er ist wieder da. GG. Niko weißt du nicht mehr. Oder Tom normalerweise auch, oder? Wenn du es von mir bekommen hast. Vielleicht auch nicht, aber das wäre egal. Auf welcher Taste hab ich Scheiße? Tom, ich brauch Scheiße. Ihr habt keine Scheiße. Ich hab nur Tom. Hm. Du bist so ein Fan zum Springen. Okay. Der Raptor kann auch mal scheißen. Ich hab ja hier ne scheiße Maschine neben mir sozusagen. Ach lol, der Raptor macht ja sogar mittelgroße Scheißhaufen. Wir brauchen ja eh noch einen Kacki. Oder? Ne, kleiner glaube ich. Tom. Ja, sonst bleib ich halt kurz mit ein kleines Weilchen hier in der Höhle drin. Wart so lange, bis der Raptor fettig ist mit seinem ganzen Geschisse. Fettig. So kann ich's auch machen. Dann kann Tom zu Hause bleiben. Ja. Machst du erst nen Zeitraffer. Und machst jedes Mal ein Facebook-Daumen nach oben Zeichen, wenn er geschissen hat. Also Leute, ihr habt's gehört. Bis gleich. Bis gleich. M šiu. Also Leute, ihr habt's gesehen. T-Bone ist gestorben, weil die Schieß-Tiere in der Höhle respawn sind. Niko, traurig. Und bin auch traurig. Ja, jetzt müssen wir halt hier irgendwie versuchen... ...Fleisch und so zu farmen, für das Viech ohne Raptor. Ich weiss nicht. ich komme ich noch mal in die Höhle rein um wenigstens die Sachen zu holen es ist egal wie rum die Wände sind oder? wenn das Haus scheiße aussieht ist es nicht schlimm oder? für'n Anfang nicht. Ach scheiße! Mann! Oh man Robin! Es tut mir leid! Niko, ich will da jetzt rein! Passt. Es lief alles so gut, ich hab alles so koordiniert getötet. Er war doch richtig gut. Ja, dass du auch so krass gelevelt hast. Ich würde das sofort wieder machen, hätten wir in Raptor. Aber wir haben einen! Die Base ist zu, Leute! Aber Leute, das war's für diese Folge. Die Base ist zu. Bis zum nächsten Mal. Dank Tom. Tschau! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau!